Ich habe zwar viel, aber ich denke mal, ich kann das irgendwie so kurz zusammenfassen, dass ein Hauptgedanke praktisch bei euch ankommt. Ich glaube, dass letzte Zeit, Gott versucht Gott, nicht nur versucht, sondern das tut er auch, er tut die Gemeinde aufrichtend, er richtet auf und stärkt die Gemeinde. Ich glaube, dass diese Zeit, so lauwarmes Christentum, ohne Ziel und ohne für Gott etwas zu tun, das wird vorbeigehen. Denn letzte Zeit sehen wir so viel Gesetzlosigkeit und Gott ist nicht gleichgültig. Ich glaube, dass seine Kinder, die können auch nicht gleichgültig bleiben oder sein, sie sind nicht gleichgültig, dass die anderen Menschen ins Verderben gehen. Dass die Menschen nicht gleichgültig bleiben können, dass der Teufel die Gesetzlosigkeit hier treibt auf dieser Welt. Ich glaube, dass die Zeit der Besucher in der Gemeinde, das wird vorbeigehen, bald. Wenn die Menschen einfach in die Gemeinde kommen, und die wissen gar nicht, warum sie da sind, oder sie kommen einfach, um Haken zu setzen, ich war da. Ich weiß, dass diese Menschen immer schon waren und vielleicht werden sie auch bleiben oder sein. Aber ich glaube, dass der Gott die Menschen jetzt erheben wird, die seine Wille tun werden auf dieser Erde. Es geht nicht um die Errettung jetzt. Es geht darum, Gottes Plan zu verwirklichen. Es geht darum, Gottes Plan zu verwirklichen. Es ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig für uns als Christen, uns in ihm zu sehen, zu sehen, wer wir in ihm sind, im Gott. Ohne dessen können wir nicht weit kommen. Wir können auf einem bestimmten Niveau dann so bleiben. Aber ich glaube, dass jeder von uns etwas mehr erreichen will. Also mir persönlich ist das so. Und ich glaube, ihr habt das genauso. Weil Gott will die Gemeinde in seiner Herrlichkeit sehen. Er bereitet sie wie als Braut vor. Für sich selbst. Und er rüstet sie aus. In einer bestimmten Stelle können wir lesen, dass der Gott seine Gemeinden wie eine Armee mit den Fahnen sieht. Es ist schwer vorzustellen, so eine schöne Braut vorzustellen und gleichzeitig so eine Armee mit Fahnen. Denn unser Gott ist auch Löwe und Lamm. Wenn ihm das gelungen hat, so zu sein, dann können wir das auch sein. Weil wir sind nach seinem Gestalt geschaffen. Lass uns Philippa 3.9 öffnen. Hier beschreibt Apostel Paulus. Er beschreibt, wer er ist. Es geht um das Thema Gesetz und Gnade. Und in seiner Botschaft zu Philippa sagt er, dass er selbst ein Pharisäer ist oder war. Und er hat immer schon das Gesetz erfüllt. Er beschreibt seine ganzen Vorteile als Mensch. Aber dann schreibt er weiter, dass er alles das hält für nichts, für ein Müll, für Jesus, für unseren Herrn. Und im 9. Vers schreibt er weiter, Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Und hier in dieser Übersetzung steht, und in ihm erfunden werde. Also, sich zu finden in ihm. Sich selbst zu finden im Herrn. Такое интересное слово. Wir sind doch nicht verloren gegangen. Wir haben uns nicht verirrt, oder? Aber Paulus, in dem er schon Apostel ist, sagt er, möchte er, dass er sich selbst zu finden, wer er im Gott ist. Nesмотря auf, dass er schon voll im Dienst ist. Und er sagt, nicht durch meine eigene Gerechtigkeit oder Leistung, sondern sich so zu sehen, wie Gott mich sieht durch den Christus in der Gnade. Wie können wir uns in Christus finden? Нам нужно увидеть себя так, wie wir uns in Christus sehen können. wie uns Gott sieht. Er sagt hier, dass wir nicht durch eigene Leistung und nicht durch das genaue Befolgen des Gesetzes sollen auf uns schauen. Wir können darauf schauen, was wir als Menschen so können und somit können wir uns beurteilen. Aber ich sehe, dass der Paulus hier versucht, sich selbst mit Augen Gottes sehen zu können, mit Gottes Augen auf sich selbst zu schauen, durch Heiliges Blut Jesu, durch Jesus Christus, alles, was er für uns gemacht hat, durch die Gnade Christus. Wir kommen zu ihm nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit, nicht mit diesem Mut, ja, ich bin gut genug, sondern wir kommen zu ihm, weil er ja heilig ist und das gibt uns auch den Mut. Und es ist wirklich wichtig, sich selbst durch diesen Blick anzuschauen. Wir können viel hören und haben wir auch gehört, wie Gott uns jeden Einzelnen sieht. Aber es ist sehr wichtig, auch diese Offenbarung zu bekommen, dass es innerlich erkannt wird von jedem, weil jeder Einzelne sieht Gott besonders, wir sind nicht so, wie ihr, und jeder von euch ist nicht so, wie ich. Wir sind alle unterschiedlich, und wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind alle von einem Blut, alle von ihm von oben neu geboren. Wir haben einen Vater, aber wir sind alle unterschiedlich. Und das ist auch sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, zu begreifen und zu erkennen, den Status im Gott, was wir bekommen haben. Wer bist du? Denn das hilft dir, weiterzuleben. Das hilft dir, die Versuchungen durchzugehen. Das hilft dir in deinem Alltag. Знаете, sehr oft gelingt das so, dass der Mensch jemandem verkündet Gottes Wort, gibt dem Zeugnis über Jesus, und leider ist es so, dass nicht jeder das annimmt, und der Mensch wird dadurch abgestoßen, abgelehnt, sehr oft verletzt das auch denjenigen, der Botschaft Jesu weitergeben. Aber wenn wir verstehen, wer wir sind, für was sind wir berufen, und dass wir durch den Heiligen Geist erfüllt sind, das hilft uns, diese Ablehnung nicht anzunehmen, das wird dich nicht verletzen, und du wirst weiter dienen können. Sehr oft am Anfang, wenn die Menschen zu Gott kommen, ihnen говорят, dass, was, wir pokaliert sind, wir müssen zu Gott gehen. Man sagt zu ihnen, ihr seid jetzt bekehrt, ihr seid im Haus Gottes, und ihr müsst anfangen zu dienen. Und die Menschen fangen an, sie fangen an zu tun etwas, sehr oft, aber oft, ohne die Erkenntnis, dass derjenige Kind Gottes ist, ohne Erkenntnis über den Status in Gott, ohne Erkenntnis über die Macht von Gott, dass Gott uns befähigt hat, werden die Menschen das gar nicht schaffen, diesen Dienst, wenn die Menschen das gar nicht schaffen, oder die Menschen das gar nicht behalten, was sie bekommen haben. Sie sind nicht befestigt in Gottes Liebe, und der Teufel versucht, die Samen der Zweifel zu sehen, weil, wenn der Mensch fängt an zu dienen, der Teufel versucht, den Menschen zu stoppen. Und der Mensch, der nicht befestigt ist im Glauben, fängt an zu wankern, zu wackeln. Der Mensch zweifelt an Gottes Liebe. Der Mensch zweifelt daran, dass in ihm Heiliger Geist lebt. Und er sieht sich nur als ein normaler Mensch, ohne göttliche Gabe. Er sieht nicht diese Gottesgaben in sich, und dann hört er ganz auf zu dienen. Er sieht, ja, die anderen dienen, und Gott wirkt durch diese Menschen, durch sie, durch ihn, und ich habe nichts. Als wäre ich abgetrennt, oder mit mir stimmt etwas nicht. Das ist der Teufel. Der Teufel kommt und versucht, diese Samen der Zweifel in dir zu sehen. Aber wenn man in dieser Erkenntnis befestigt ist, wer er ist im Herrn, dann gelingt das dem Teufel sehr schwer, den Menschen zu... Trudno umkraste diese Verung, bei der Mensch den Glauben zu rauben, und auch zu hindern das, was der Mensch tut im Glauben. Und, ihr wisst ja, das alles, alle diese Erkenntnisse, diese Offenbarung über den Status, was du hast, dass Gottes Kraft durch dich wirkt, das hilft dir, dich zu bewegen im Geist. Für was? Mногие Menschen bleiben an irgendeiner bestimmten Stelle stehen. Mногие Menschen bleiben zum Beispiel an der Stelle, dass sie errettet sind. Sie sind errettet. Und Gott hat auch die Probleme gelöst, irgendwie auf seine Art. Und in diesem Zustand muss ich einfach nur noch bis zum Himmel schaffen, und dann ist das schon gewesen. Aber ich glaube, dass das nicht alles ist, was Gott von uns erwartet. Gott hat uns jeden geschaffen für etwas. Er hat ein bestimmtes Ziel für uns. Er hat einen bestimmten Plan für jeden von uns. Und er kennt Tag deiner Geburt. Und kennt jeden deinen Tag deines Lebens. Er weiß genau, für was du berufen bist und was du tun sollst. Er sieht den ganzen Weg von dir schon. Und hat schon vorher die Gaben und Talente in dir reingelegt. Vielleicht sieht man sie noch nicht. Vielleicht, also denken wir gar nicht daran. Oder etwas gelingt uns schon. Wir haben etwas schon. Und wir denken manchmal, das ist schon alles. Also das war's. Aber Gott verwendet die Gaben und die Talente, um dich weiter zu wachsen zu lassen und weiter hoch zu steigen in deinem Dienst. Und diese Gaben sind ganz unterschiedlich. Wir haben schon besprochen, die Gaben des Heiligen Geistes. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch andere Talente, die wir verwenden hier in der Gemeinde. Und wir verwenden hier in der Gemeinde. Aber auch draußen, außerhalb der Gemeinde, in der Welt. Es gibt ja verschiedene Dienste. Aber hier in der Gemeinde, das, was wir tun, das dient dafür, dass wir vorbereitet sind zu dem, dass wir rausgehen hierher, und weiter tragen. Wir lernen hier. Wir молимся. Wir beten hier. Wir beten Gott an, damit wir in der Glaube befestigt werden, damit wir wachsen, damit wir uns verwandeln in Bild Christi und dann auf die Straße weitergehen, zu der Stelle hingehen, wo Gott für dich vorbestimmt hat. In deiner Familie, in deiner Arbeit. Wозможно, einfach irgendwo draußen auf der Straße Gott kann dich überall verwenden. Wir können manchmal gar nicht mitbekommen, dass Gott uns verwenden hat. Man meint öfters, dass Gott das Dienst, das ist etwas so, muss unbedingt ein Apostel sein, oder bestimmt nur ein Apostel sein, oder zumindest ein Apostel, oder du musst in eine Mission fahren, in irgendein arme Land, und dort zu dienen mit Worten, und Menschen helfen. Aber Gott hat für jeden etwas eigenes vorbereitet. Wir können uns nicht mit anderen vergleichen. und das Verständnis, und das Verständnis, wer ich im Gott bin, persönlich für mich, für dich, das hilft uns zu sehen, wo Gott dich zum Beispiel sieht, und wo er dich auch gebraucht. Und ich glaube, jeder von uns möchte das tun. Давайте откроем Mark 13. Lasst uns Mark 13 öffnen с 34-го по 36-й стих. Mark 13, vers 34. Jesus spricht hier über die letzte Zeit und er spricht mit den Jungen. Er sagt, es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen, bevor er sein Haus verlässt, daет Schlugam своим Wlaß und каждому свое дело. Überträgt er seinen Dienern zur Verantwortung. Er weist jedem eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt dem Förtner, wachsam zu sein. Und er hat sich mit dem Pförtnern bemerkt, und er sagt, und dann sagt er weiter, genau so sollt ihr auch wach bleiben. Und dann sagt er weiter, genau so sollt ihr auch wach bleiben. wenn er plötzlich kommt, soll er euch nicht unvorbereitet und schlafend antreffen. Wenn wir auf dieses Gleichnis schauen, durch diese Prisma des Erwartens von Kommen Jesu das zweite Mal, wenn er kommt als König, er tut uns so warnen, dass wir wach sein sollen, dass wir nicht schlafend sind. Über was geht es hier überhaupt? Was meint er, warum schlafend? Er sagt, dass der Hausherr weg ist auf die Reise. Er ist jetzt in den Himmel gegangen und hat seinen Dienern eine bestimmte Verantwortung gegeben. Wer ist denn Diener in seinem Haus? Die Ungläubigen Menschen, die können keine Diener von Gott sein. Er spricht das zu der Gemeinde, zu den Gläubigen Menschen und er spricht hier im Vers 34. In russischem Übersetzung hat er auch die Vollmacht gegeben und eine bestimmte Arbeit. Das heißt, jeder von uns hat er eine bestimmte Arbeit zugetraut. Ich habe meine Arbeit скажите jetzt самому себе sag bitte zu dir selbst ich habe meine Arbeit u каждого из вас свое дело ihr habt jede seine Arbeit aber welche Arbeit Gott каждому из вас дал определенное дело, которое вы исполните. Gott hat eine bestimmte Arbeit euch anvertraut, dass ihr auch erfüllen könnt. und dafür habt ihr auch Vollmacht von ihm bekommen. Ihr habt schon alles von ihm empfangen. Das habt ihr alles schon in euch von ihm. und ich sage jetzt nicht du musst das tun. Ich sage einfach ihr könnt das tun, ihr werdet das tun. weil Gott alles vorbereitet hat, alles schon gegeben hat dafür. Und er sagt bleibt wachsam, damit er uns nicht schlafend findet. Dass wir nicht einfach auf der Errettung bleiben, sondern dass wir diese Werke des Herrn auch tun können. Dass wir verstehen können, welche Vollmacht und Kraft uns Gott gegeben hat dafür. Und dafür hat er auch die Gnade gegeben. Für jedes Werk gibt er die Gnade. Bestimmte Portion der Gnade wird dafür rausgegeben. Kann ich dich als Beispiel nehmen? Zum Beispiel der Daniel spielt sehr gut auf Instrumenten. Er braucht manchmal gar nicht die Liste mit Akkorden. Er kann von hören schon spielen. Gitarra oder Pianino. Gitarra oder Klavier ist unwichtig. Was ist das? Das ist Gnade von Gott. Und Gott gibt die Gnade das zu tun. etwas zu tun in diesem Dienst, was alles nötig ist. Und das ist Dienst für Gemeinde. Das ist внутреннее Dienst. Aber dass man jemandem Zeugnis gibt da draußen. Er geht ja nicht mit Gitarra und mit Klavier raus auf die Straße. Gott hat uns Gott gesagt, wir sollen überall hingehen und Zeugnis geben. Und dafür Gott daet ihm благodat und vlast совершat другую работу. Sluge Daniela nicht in den Sten Zer zu tun. Und der Dienst von Daniela endet nicht hier in der Gemeinde. Tak же wie unser Dienst hier als Pastor nicht заключ in diesen Sten verschlossen hier in diesem Raum. Gott hat uns nicht befreit, dass wir da draußen nicht mehr dienen sollen. Wir sollen das auch tun. Das ist sein Befehl an uns. Er hat uns befohlen, dass wir auf die Kranken die Hände auflegen und dass wir auch dienen. Dienen außerhalb der Gemeinde in der Welt. Wenn wir uns in der Gemeinde verschließen und dienen nur aneinander ist auch sehr gut, das macht auch Spaß und gute Musik. Wenn wir Zeugnisse hören und zusammen den Gott anbeten, es ist alles schön und gut. Aber Gottes Reich wird dadurch nicht verbreitet nur durch das. sondern wir wollen ja dass es weitergeht, dass es die ganze Welt mitreist, dass die anderen Menschen auch mitnehmen diese Stadt und dafür sollen wir rausgehen. Und ihr seid ja auch schon dort. Wir sind alle schon außerhalb der Gemeinde eine bestimmte Zeit. Jemand auf der Arbeit, jemand in der Schule, egal wo. Und Gottes Geist wirkt durch jeden. Und das ist auch ein Dienst. Das ist auch ein Werk. Nur für uns scheint das vielleicht so klein und unbedeutend. Aber Gott hat das alles vorbereitet, dass wir das tun können. Кто das kann jemand ein Zeugnis gegeben. Кто das für jemand hat gebetet für einander. Und dieser Mensch wird dadurch jeden Tag näher an Gott. Und dafür versammeln wir uns hier, um das auszurüsten, also alles mitzunehmen. dass wir füreinander beten. Wir waren jetzt im Hauskreis zum Beispiel. Da waren zwei ungläubige Menschen und eigentlich ist das schmerzhaft. Das zu sehen, dass die Menschen so verwirrt sind, dass der Teufel das geschafft hat, die Menschen so zu verdrehen. Du gibst Zeugnis den Menschen und wir beten für sie. Wir haben alle zusammen für sie gebetet. Aber bei den Menschen im Kopf ist so was, dann kannst du genau sehen, das ist der Teufel. Und er zieht sie, sie in den Tod. Und wenn ich mir so vorstellen könnte, dass wir einfach da sitzen bleiben, ohne was zu machen, das können wir uns nicht erlauben. Wir können uns nicht erlauben, einfach zu sitzen, weil beim Gott, der Herz schmerzt für jeden Menschen. Wir können die Menschen nicht einfach so angucken, selbst wenn bei ihnen alles so gut läuft, angeblich. Wir wissen, ein Pastor, er hat lange Zeit bei mir so gefragt, wir haben mit ihm gesprochen am Telefon, und er fragt mich, wie geht's dir? Und ich sage, gut. Er hat so ein bisschen geschwiegen und hat dann gesagt, dein Sohn ist nicht errettet. Und mich hat das, ich kann nicht sagen, so geschockt, aber ich verstehe, dass in dem Moment, wenn ich sage, ja, bei mir ist alles gut, ich verstehe, dass ich eigentlich nicht verstehe, dass mein Sohn ins verderben geht, wenn das nach weltliche urteilung alles gut läuft bei ihm, also so menschlich, dann macht das mir auch nicht die Sorgen, das beruhigt mich, er lebt, alles gut, alles schön bei ihm. Und wisst ihr, genau das tut uns einschläfern? Also wir schlafen ein und bleiben nicht wach. Wenn bei ihm irgendwelche Probleme waren, wenn, dann hätte ich öfters für ihn gebetet. Versteht er, um was es geht, dieser Prinzip? An manchen Stellen machen wir die Arbeit nicht fertig, das was uns Gott anvertraut hat. Aber Gott sagt, er will uns nicht schlafend auffinden. Wir können nicht egoistisch sein. Wir sollen verstehen, was Gott von uns erwartet. Gott hat uns in dieser Gemeinde berufen. Er hat jedem den Heiligen Geist gegeben. Er ist alleine der Vater und er sagt, wir haben einen Vater, der Apostel Paulus sagt, wir haben einen Vater, wir haben einen Geist, der Duh, der восkret Jesus ist Mert und Jesus Christus aus den Toden auferweckt hat, er lebt in uns allen. Und wisst ihr, wenn wir das nicht tun werden, wenn wir nicht diese Schritte tun werden, wie Gott wird jetzt in der Welt? Wie wir могли увидеть, dass Daneil ist der Dare und Talant wenn er nicht подход zu klavieren? Wie hätten wir die Gabe erkennen können dass er so gut spielen kann, wenn er niemals ein Instrument in die Hand genommen hätte? Wie du kannst was ich meine um etwas anzufangen musst du die ersten Schritte tun um zu probieren oder prüfen ob du die Gabe hast und dafür Gott daet dir Gnade daet определенную Porze ein bestimmter Maß der Gnade gibt denn er weiß genau mit wem du dich morgen triffst zum Beispiel und er weiß für wen du beten sollst aber sehr oft ich spreche jetzt von mir mit mir war schon mehrmals passiert so was auf der Arbeit als eine Frau zu mir kommt und sagt sie hat Probleme zum Beispiel Schmerzen habe ich an dem Moment nicht angeboten für sie zu beten was spricht das über mich zu mir ich war mir nicht sicher ich war mir nicht gewiss dass sie Heilung bekommt es und die Angst dass der Mensch über dich sich lustig machen wird wenn es nicht passiert habt ihr euch auch mit sowas begegnet wenn du das wenn du das du das tun solltest aber hast nicht gemacht und der Heilige Geist sagt das zu dir erinnert dich daran warum passiert das weil die Menschen nicht in der Gottes Liebe verwurzelt sind. Die Menschen haben nicht ganz gut den Gott erkannt. Wir haben sich selbst nicht gesehen mit Gottes Augen. Wenn ein gläubiger Mensch kommt und sagt, dass bei ihm etwas weh tut, dann ist das leichter, für ihn zu beten. Ich habe für die Menschen gebetet, die wissen, dass ich gläubig bin. Aber ich glaube, dass Gott sich an die Ungläubigen wenden möchte, vorerst, dass sie errettet werden. Dass der gläubige Mensch geheilt wird, das ist ja eigentlich schon in der geistlichen Welt geschehen. Wir sollen einfach nur lernen, im Glauben das zu empfangen. Wir sollen in dem Reich Gottes immer verbleiben, damit wir das alles haben, die ganze Fülle des Reiches. damit alle Verheißungen Gottes in unserem Leben verwirklichen. Aber für die Ungläubigen Menschen ist, dass er die Ungläubige Heilung oder Wort des Wissens das ist Dary Duhes das ist Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist Gottes für dich etwas öffnet, er offenbart dir etwas über den Menschen, für was er das tut, damit du für diesen Menschen beten kannst, damit du ihm Zeugnis geben kannst, dass der Gott das kennt und er will helfen. Das ist Zeugnis für ungläubigen Menschen. Das besagt Gott. Und das preist auch den Herrn. Und die Menschen, in denen sie die Herrlichkeit Gottes sehen, wie in der Bibel steht, sie haben gesehen und haben daran geglaubt. Und das ist verbreitung des Gottes Reiches. Das ist das, was wir tun sollen. Das brauchen wir, das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, durch den Heiligen Geist geleitet zu werden, einfach aufmerksam zu ihm zu sein, wenn der Heilige Geist dich dazu bewegt, keine Angst zu haben, wissen, wer bist du. Und dafür brauchen wir Gottes Offenbarung. Dafür brauchen wir Augen Gottes, seinen Blick auf uns. Wir müssen verstehen, wer wir in Christus sind. nicht an Lüge des Teufels zu glauben, wenn er kommt und sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht gesalbt von Gott, also hast keine Vollmacht, oder du bist nicht erwähnt, du bist nicht erwähnt, du gehörst nicht dazu, zu diesem Kreis, der Außerwelt. Oder du gehörst nicht zu diesem, wie gesagt, du gehörst nicht zu diesem, Status, zu besonderen Menschen, die Status einen großen Diener haben. Jesus hat uns sowas nicht gesagt. Jesus нам niemals, dass nur die höchste Diener Gottes oder die oberste Position in der Gemeinde dienen können mit den Gaben des Geistes und die Menschen zur Rettung bringen oder zur Heilung oder zur Befreiung. Das steht nirgendwo geschrieben in der Bibel. Bei diesen Menschen ist mehr Verantwortung vielleicht, weil sie tragen Verantwortung vor Gott für das, was sie lernen an anderen. Je höher Position in Gott, desto mehr auch die Verantwortung. Aber die Werke zu tun, was Jesus getan hat, und sogar noch mehr steht geschrieben, was er versprochen hat. Dafür ist das genügend, einfach zu glauben. Es ist das genügend, einfach zu glauben. So steht in Markus 16, gucken wir zusammen. Markus 16, Markus 16, 17, 17, 17, 17, написано, что у веровавших же будут сопровождать знамения, steht geschrieben, die glaubenden aber werde ich durch folgende wunder bestätigen, что имени моим будут изгонять бесов, и в моем имя будут говорить новыми языками, будут брать Змеи, и если что-то смертоносное выпить, не повредит их. Гефейные сланы и тодные гипты будут им не шадить, и они будут здоровы, и кранкн, denen sie die hände auflegen, werden gesund. Dafür ist genügend zu glauben an Jesus Christus und ihn anzunehmen als sein Herr und Erretter. Ich kann euch sagen, die nähere Beziehung mit Gott, persönliche Beziehung mit Gott, в которых мы растем изо дня в день, если мы к этому стремимся, этого жаждем, это поможет тебе лучше слышать Бога, и лучше понимать Святого Духа, что Он ожидает от тебя в данный момент, и это поможет нам быть больше использованным Богом, это все возможно, это все реально, распространяет Божье Царство, это спасает людей, потому что они в этом нуждаются, нам нужно просто поверить, и нам нужно поверить в Его совершенную Любовь, возрасти в этом, в этом, в этом, в этом, давайте откроем еще одно место Писания, будем заканчивать, Летцте Бибель стеле, и мы идем к концу 4-й Эфесянам, сейчас посмотрю, с какого стиха, 4-й капитал Эфеся, чтобы нам всю главу не читать, там очень много, в 4-й главе Павел пишет о теле Христа, как он видит тело, как он видит каждого, как он хочет употребить каждого, как он нуждается в каждом из вас, чтобы совершить свою большую работу на этом земле, может быть нам кажется где-то, что я могу, я мало что знаю, или я не прочитал еще всю Бибель, или я недавно покаялся, мне самому нужно еще учиться, но это наш взгляд Бог смотрит по-другому и очень важно увидеть себя как видит тело, и я знаю, что через каждого из вас Бог действует, это не просто Бог мне открыл, это уже физически явно, это физически даже слава Богу за каждого, и Павел пишет о Иисусе, который есть глава, тело, Иисус пишет о Иисус глава, церковь принадлежит ему, церковь она не принадлежит пасту, люди не принадлежат пасту, пасту не умирал, Иисус умирал за каждого, Иисус hat bezahlt и он глава и он царь и написано из которого 16 стих и 10 4 из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей что Бог соединил нас соединяем соединяем Das gibt uns die Kraft. Und im dritten Kapitel Epheser, im achtzenten Vers, steht geschrieben, betet dem Paulus über die Gemeinde, betet mit diesem Gebet, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir noch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Paulus betet über die Gemeinde, dass wir diese tiefe der Liebe erfahren können, verstehen können, dass wir diese tiefe der Liebe nicht nur auf der Ebene des Verstandes, sondern dass es innerlich von uns angenommen wird. Wie öbne wird diese Liebe. Wie πολύ erne wird diese Liebe. Wie groß ist diese Liebe, wie groß ist diese Liebe. Wie groß geht er dir persönlich. Wie stark lebe dich persönlich. Wie stark lebe dich persönlich. Wir haben so viel gehört, wir haben schon so viel gehört, wir haben so viele gehört, wir haben테inen. Wir haben gesehen, wie Jesus Christus war, wir haben gesehen, wie Jesus Christus war. Und da ist die Liebe, dass die Liebe ist die Liebe, dass die Liebe ist die Liebe, dass die Liebe uns dann die todas, dass er uns von dem Tod löst hat. dass wir in der Ewigkeit in ihm bleiben. Das wissen wir auf Verstand. Aber das verstehen wir doch nicht so ganz. Wir können diese Tiefen nicht verstehen. Wir können uns Gott in Geist das Offenbarnen, dass wir uns sein Leben in der ganzen Reichtum annehmen können. Stattet uns von Gott das von Gott öffnen. Das Stattet uns của uns als Gottes Kind ausbinden, die Kraft, die Gott hibern hat. Dass wir diese Vollmacht offenbar haben, was er uns gegeben hat. Dass wir uns gewusst, Das ist höchster Niveau in dieser Macht auf dieser Welt. Das ist höchster Niveau in dieser Macht. Das ist höchster Niveau. 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 Das wird dir helfen. Das wird dir helfen. Und das wird dich auch motivieren. Wenn du siehst. Ich kann auch zeugnis geben. Wenn du siehst, dass Gott durch dich wirkt. Das wird dich so stärken. Und motivieren. Du willst viel mehr tun. Das ist höchster Niveau. Das ist höchster Niveau. Das ist höchster Niveau. Und ein Zeugnis abzugeben. Das ist höchster Niveau. Oder das ist höchster Niveau. Wenn du siehst und sagst, Gott liebt ihn. Dann wird das vielleicht schon genügend sein. Sei aufmerksam zum Heiligen Geist. Gerni Gottes Angesicht. Gott möchte dich verwenden. Wenn der Prophet im Geist in den Himmel hochgehoben war. Und stand vor Gott. Vor Gottes Thron. Hat er Stimme gehört. Das ist Prophet Jeremia, glaube ich. Oder Jesaja. Er hat Stimme gehört. Wenn du siehst? Jesaja. Gott fragt, wenn du siehst? Gott sucht. Gott sucht. Gott sucht. Das ist die Erde. Und hier auf der Erde die Werke Gottes tun werden. Ich will nicht, dass wir die Gemeinde werden, wie viele Menschen. die nur stühle durchsitzen. Ich will, dass wir das nicht tun. Ich glaube, wir werden andere Sachen tun. Wir werden nicht nur sitzen bleiben. Wir werden nicht nur sitzen bleiben. Er will nicht, dass wir nur auf der Rettung hängen bleiben. Er will nicht, dass wir nur auf der Rettung hängen bleiben. Dass wir schlafen. Er will nicht, dass wir nur für uns die ganze Güte Gottes halten. Er will nicht, dass wir es weitergeben. Er will nicht. Er will nicht, dass wir es weitergeben. Er will nicht. Er will nicht. Und du wirst nicht zu einem Zumpf in dir, du wirst nicht religiös sein in diesem Moment. Der Geist wird durch dich, er atmet durch dich, er fließt durch dich, und das wird dich erneuern. Er wird dich frei machen, durch dich heilen. Представь, wenn durch dein Geist, durch dein Körper, durch dein Geist, durch dein Geist geht, wenn dieses Feuer Gottes in Kraft durchgehen wird, nicht mehr in dir etwas unreiniges oder krankes, er geht ja durch dich durch, er wird dich bereinigen. Und das wird an Menschen auch dienen. Es ist dein Wunsch, dein Wunsch, diese Menschen mitzureden. Vielleicht nicht tausende. Für manche hat Gott vorbestimmt tausende. Für einen, vielleicht nur einen. Aber für den muss man vielleicht jahrelang beten. Und das ist auch Gottes Arbeit. Und Gott guckt nicht auf die Werke, auf die Anzahl, was wir getan haben. Er schaut nicht so, wie Menschen darauf sehen. Wir hören in einem Gleichnis, dass einem hat er zehn Talente gegeben, und anderen nur eine. Er hat dir ein Werk anvertraut, für andere ein anderes. Das Wichtigste ist, nicht zu vergraben, nicht zu verstecken. Nicht für sich zu behalten alleine, sondern verwenden, für Herrlichkeit Gottes. Lasst uns bitte aufstehen und beten. Otec. Otec. Vater im Himmel. Wir danken dir, Gott, für alles, was du für uns jeden für Einzelnen vorbereitet hast. Gott, hilf uns, deine Wege zu sehen. Помогi uns, uns selbst in dir zu sehen. Diese Kraft zu sehen. Помогi uns, in dir zu verholen sein. In deiner Liebe. Vertraue uns, in dir zu sein. Vertraue uns diese Offenbarung. Wer wir sind in dir. Dass wir nicht wie im Gleichnis über den verlorenen Sonn sind. Nicht dieser ältere Bruder sein. Wer immer im Haus Gottes da war. Aber niemals gekannt hat. Niemals bekannt hat, was ihm gehört. Wer niemals die Verheißung Gottes angenommen hat. Gott, bitte lass uns nicht so sein, wie diese. Lass uns heröffnen. Alles, was du für uns vorbereitet hast. Pust du uns schon gegeben hast. Was wir schon empfangen haben. Du hast gesagt, uns ist alles offenbar. Помогi uns, Бог. Hilf uns, Herr. Не смотреть нашими человеческими глазами auf uns zu schauen. Nicht auf unsere menschlichen Fähigkeiten und Wissen zu schauen. Lass unsere geistlichen Augen öffnen. Damit wir sehen können. Damit wir sehen können. dass es auch dient. Dass es dient nach deinem Willen. Pust du deine Liebe, Herr. Er füllen jeden Einzelnen von uns. Damit wir in diese Liebe eintauchen können. Damit wir keine Ablehnung erleben. Damit wir keine Angst erleben. Denn wenn wir in deine Liebe eingetauscht sind. Ist es genügend. Es genügend, nicht beleidigt zu sein. Es genügend, nicht in der Bitterkeit oder Depression zu bleiben. Diese Offenbarung über deine Liebe. Die über deine Liebe. Lass uns, dass unser Herz füllen. Und alles, was wir tun werden. Lass es aus der Liebe gehen. Lass uns, dass unser Herz füllen. Lass uns nicht aus diesem Verständnis, dass wir etwas tun sollen. Lass deine Liebe uns so erfüllen. Dass sie auf die anderen Menschen rüberfließt. Dass die Menschen auch diese Liebe sehen können. In unseren Gesprächen, in unseren Augen, in unseren Taten. Lass uns, Herr, deine Liebe uns bewegen. Lass uns, Herr, zu sehen, diese Menschen. Die in der Sünde leben. Die in der Sünde leben. Die belogen sind. Die in der Sünde leben. Die in der Sünde leben. Die in der Sünde, die der Teufel sich lustig macht. Damit wir diese Menschen nicht ablehnen. Damit wir sie lieben mit deiner Liebe, Herr. Im Namen Jesu Christi bitten wir dich, Herr. Wir bitten auch so, genau so. Geht uns, diese ersten Schritte des Glaubens zu tun. Dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Dass unsere Hände frei werden von allen Fesseln. Dass unsere Füße frei werden, um zu gehen. Dass wir für kranker Menschen beten können. Dass wir mit der Sünde und der Kraft, dass wir deine Werte vollbringen. Dass wir deine Werte vollbringen. Und dass wir nicht abhängig werden von der Meinung anderen Menschen. Dass wir keine Angst haben, lustig zu sein. Denn du bist groß und mächtig. Und du wirst deine Worte bestätigen, Herr. Durch die Zeichen und Wundern. Damit dieser Volk, der zum Glauben kommt. Herr, heute glauben wenige an Worte. In dieser Welt ist so viel Lüge drin. Gott, wir bitten dich. Pust die Kraft des Heiligen Geistes spreche von deinem Namen. Pust die Kraft reden, Herr. Pust die Kraft wirken, Herr. Damit sieじゃない buld �ibt J bookkam, Herr. Damit die Menschen deine Werte seten können. Damit die Menschen deine Werte equally sehen können. Damit die Menschen deine Abs shear move können. Dass sie deine IIIwilligkeit seten können, Herr. Damit sie suis der Angst von Gott und mein Gottenseiteln können. Damit sie den Schm enschauen können, Herr. Damit sie eat für deine Angst haben, Herr. Damit sie dich ansprechen, Herr. und sie eretung kann empfangen, Herr. Gott, segne dein Volk. Blase und schenke mit der Gabe des Heiligen Geistes. Wir molen dich für alle neun Gaben des Heiligen Geistes. Wir molen dich für alle Neun Gaben des Heiligen Geistes. Wir molen dich für Worte der Erkenntnis. Wir molen dich für die Gäste des Wunders. Für die Gäste des Wunders. Für die Gäste des Wunders. Wir molen dich für die Heiligen Geistes. Wir molen dich, Herr, dass alle Gäste des Wunders. Wir beten, dass alle Gäste des Wunders. Wir wirken in guter und in passender Zeit. Wenn wir einem Krankheitszeugnis geben, dass die Gäste des Heiligen wirken durch uns. Wenn ein skäptischer Mensch zu uns kommt, dass die Gabe der Erkenntnis, dass die Gäste des Wunders in uns wirkt, Herr. dass der Geist durch uns wirkt, Herr. dass dieser Mensch das Zeugnis bekommt. Das Zeugnis bekommt. Das Zeugnis, dass vielleicht niemand kennt, was in seinem Leben geschehen ist. Dass die Gäste des Wunders. Damit deine Kraft zu sehen kommt. Die Gäste des Wunders. Über natürliche Kraft. dass wir jemanden, was beweisen wollen. Nein! 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 für die Rettung des Menschen, nach deinem Willen, in der rechten Zeit, in der rechten Zeit, im Namen Jesu. Führe uns, Heiliger Geist, führe uns jeden, führe uns als deine Gemeinde. Wir sind dein Leben, und wir sind miteinander verbunden. Wir wollen einander dienen, hier in der Gemeinde, und genau so wollen wir draußen dienen, da, wo Böse sich verbreitet. Herr, du hast gesagt, dass die vierten der Höhlen nicht die Gemeinde überwinden können. Wir proglamieren, dass nichts Böses kann uns geschehen, nicht uns, nicht unsere Familie, im Namen Jesu. Wir proglamieren, dass Gott uns mit vollem Macht befreitert, auf die Schleimung und Korpe, und auf die Schleimung und Korpe zu drehen, auf alle Kraft des Feindes. Ich proglamiere, dass es lebendiges Wort Gottes ist, weil Gott ist treu. Das, was er gesagt hat, er steht hinter seinem Wort. Puhst, Herr, alle deine Verheißungen sich erfüllen in unserem Leben, damit wir deine Herrlichkeit zeigen, damit wir deine Herrlichkeit zeigen, damit wir dein Licht werden, damit wir deine Liebe zeigen, Господь, dass wir uns unterscheiden, Herr, von den Menschen dieser Welt, damit wir wahrlich Licht werden, damit wir in deine Wahrheit wandern, damit wir in deine Heiligkeit wandern, in diesem Stattus des Kindes Gottes, im Stattus des Kindes von König, das höchste Berufung, was du uns anvertraut hast, das höchste Berufung, ein Kind Gottes zu sein, der Allmächtigen Gottes, der Herrscher in der Ewigkeit, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, durch sein Wort. Wir danken dir, Gott. Danke für dieses Privileg. Herr, hilf uns, das alles zu verstehen und anzunehmen, durch Erkenntnis dich. Möge, dass alles fest zu werden in uns, Herr, im Namen Jesu Christi. Und wir versprechen, dass wir dir alle Ehre erweisen werden, denn du bist alleine für dich, alles in dir wiederzugeben. Du bist in allem. Du bist die Fülle, was alles füllt. Halleluja. Wir sind dir dankbar. Wir sind dir dankbar. Sei dir alle Ehre. unser Gott und König, Vater im Himmel, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Wir haben dich lieb. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich jede Stunde. O Herr, danke dir für alles. Wir segnen deine Gemeinde, Herr. Wir segnen alle Schwestern, Brüder. Bieten dich. Segne nächste Woche. Sei mit uns allen. Lass Deine Freude unsere Herzen füllen, Herr. Freude, dass wir angenommen sind. Freude darin, wenn wir, wer wir sind. Freude, dass wir errettet sind. Möge das alles mit uns sein. Deine Gnade, Herr. Und im Namen Jesu haben wir Dich gebetet. Amen.